ist das jetzt hier im sitzen eigentlich sehr schön. Wenn du den Abstand hier vergleichst mit denen, dann sind die viel größer. Oder ich unterstütze das jetzt noch einmal. Das wären jetzt die Schultern und das wären das Becken. Siehst du, wie die Lamellen auseinander gehen? Und diesen Zug, den übertragen wir. Und das funktioniert nur, weil es am Ende ein freischwingendes System ist. Also das werden wir ja auch oft gefragt. Wie funktioniert das? Warum ist das aktiv? Ja, also wir werden es dann nachher nochmals uns genau anschauen. Nachdem der Samila Lamellenrost ja nur links und rechts auf viereinhalb Zentimetern liegt, kann sowohl die obere Lamellenreihe als auch die untere frei arbeiten. Funktionierend tut es nach folgendem Prinzip. Über dein Körpergewicht bauen wir über die obere Lamellenreihe auch einen Druck auf die untere aus. Und die natürlich dann im Gegenzug nach oben arbeitet. Also das Prinzip, das Gesetz von Druck und Gegendruck kennst du. Wir können hier ein einfaches Beispiel nennen. Wenn du mal mit dem Finger auf diese Kante drückst, mach mal. Dann spürst du einen Gegendruck. Und je fester du drückst, desto mehr drückt diese Kante dagegen. Und das ist auch der Grund, warum Samina gewichtsunabhängig funktioniert. Wenn da ein Mann mit 90 Kilogramm sich reinlegt, baut er natürlich ganz eine andere Energie auf die untere Lamellenreihe auf, als wenn das eine Frau mit 50 Kilogramm ist. Und das ist der Grund, warum es gewichtsunabhängig funktioniert. Und hier sehr schön diese Traktion, die wir dann nachts auf die Wirbelsäule übertragen, sodass die Bandscheiben einfach mehr Platz bekommen, um sich zu regenerieren. Eine Bandscheibe besteht ja zum größten Teil aus Flüssigkeit. Und vorstellen kannst du dir das wie ein Schwamm. Wenn du einen Schwamm ganz fest zusammengedrückt ins Wasser hältst, kann der viel weniger Wasser aufnehmen, als wie wenn du ihm Platz gibst und er natürlich dann mehr aufnehmen kann.